Wir freuen uns, Sie in Würzburg zu Connect to Innovate 2023 zu treffen, um den Erfahrungsaustausch über die Einführung von 5G als eine universelle Konnektivitätstechnologie und Plattform in der Industrie fortzusetzen. Neben dem aktuellen Status bringen wir Ihnen einen Erfahrungsbericht mit, wie wir 5G in unseren Fabriken in Finnland und in Indien selber nutzen. Und wir wollen mit Ihnen diskutieren, welche anderen Aspekte neben der eigentlichen 5G-Technologie wichtig sind, betrachtet zu werden. Bis bald in Würzburg.